Auch unser Fräulein Mary Lou greift gern und oft bei Holdens zu. Tja, die Mary Lou, die versteht's. Hallo Mary Lou, sieh mal an, dein kleines Chico-Tix sind deine Schuhe. Mary Lou, und du Mary Lou, du laufst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. Auf dem Hause vis-a-vis sieht man jeden Morgen früh die Mary Lou, den Weg zur Schule ging. Und sie schaut so nett daher, grüßt und freut sich bitte sehr, das finden alle an ihr Wunderschön. Hey, hey, hello Mary Lou, sieh mal an, dein kleines Chico-Tix sind deine Schuhe. Und du Mary Lou, du laufst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So viele Mädchen kann man sehen, die in Nietenhosen gehen. Doch Mary Lou hat sowas nicht im Sinn. In ihrem Teen-Teen-Kinesch-Kleid, ja, da ist sie jede Zeit für alle Boys und Girls, die Königin. Hey, 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 hello Mary Lou, sieh mal an, dein kleines Chico-Tix sind deine Schuhe. Und du Mary Lou, du laufst dazu, so wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein, Mary Lou. So wie ein Sonnenschein. So wie ein Sonnenschein. So wie ein Sonnenschein. So wie ein Sonnenschein. Vielen Dank.